Musik Junge, ich kann sie nicht aufheben. Jetzt. Oh, die Meute ist echt nicht... Scheiße, ich bin da. Ich auch, komm schon, Chris. Oh Gott, so viele Zombies. Ich bin am sterben. Ich hab eh. Nee, bitte nicht sterben beim Aufnehmen. Das ist voll peinlich. Oh, ich hab's gleich. Ja. Komm schon, Chris. Okay, schnell, 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 schnell. Okay, ich bin so richtig down. Komm schon. Ja. Okay, komm schon, komm schon, mach bitte. Du bist richtig down? Ja. Such mich. Hä, bist du da? Niemand. Niemand schießt ins Auto. Ich kann Defibrillator verwenden. Nee. Doch, doch, doch. Probier's. Doch, schau. Daufbleiben. Siehst du? Ja. Geil. Oh, ich hab fast volle Lehm. Der Volt, der ey, da ist gestanden, ich soll Bill aufhelfen. Nicht dir. Ich hab nur mal ein Leben. Nicht ins Auto kicken und erschießen. Sowieso schon an. Ich hab das Gefühl. Ab in den Schutzraum. Ja, endlich. Oh, wie knapp. Oh, endlich, man. Soll ich den Typ schließen? Okay. Nee, ich bin jetzt aber schon noch runter, oder? Ja, klar. Ja, ja. Ja, allgemeine Abwehr. Oh, ich bin wieder am schlechtesten. Das geht's ja nicht. Das ist typisch. Hat der Witch den meisten Schaden hinzugefickt? Wer steht da vorne? Oh, 750. Nicht schlecht. Und du 3-0. Das gibt's nicht. Ich bin immerhin nicht letzter. Aber du bist meistens letzter, okay? Oh, mit Verbandszeug selbst. Mach aber noch nicht die Türe auf, sonst du regst mich sonst nur auf. Oh Gott, ich muss mich selbst heilen. Oh, wie geil. Geht euch auch heilen. Ich nehm Schroßflinze. Ey, was ist da oben was? Nichts. Sonst wär ich ja wieder... Oh, du bist auch dumm, ne? Soll ich die Schroßflinze oder... Ah, ich nehm die. Vorsicht! Hast du noch Bomben oder so'n Scheiß? Ey, Lumi. Nicht so schnell. Warte da. Komm! Nein. Hier hattest'n, äh... Ja, ich nehm auch ne Klappe. Nee, Mann. Nee, Mann. Ja, ich nehm auch ne Klappe. Ja, ich nehm auch ne Klappe. Ich nehm das Katana. Okay. Dann kannst du die E-Gitarre nehmen. Hey, ihr ist einer eingeschlafen. Oh nein. Jetzt hab ich sie geweckt. Ja, sie ist ein Sniper geweckt. Wo, wo, wo? Ich nehm, ich nehm... Oh, ich hab Sniper. Weißt du, wie man zählt? Ja, hast du mich schon zehnmal gefragt. Okay, was... Ich hab schon eingekillt. Oh, das ist voll die geile Sniper. Irgendwie. Hast du auch? Hier ist noch einer. Ja, wohin jetzt? Kannst du doch nen Zaun töten. Charger! Oh, Charger, wo? Oh. Oh, echt jetzt? Immer auf die Frauen. Okay, hier glaub in die Türe vielleicht. Da ist keiner. Nein, nö. Nee, wir müssen da über einen Zaun springen. Nein, sie kommen, sie kommen, sie kommen! Wo? Was? Ja, dann... Ich helfe ne Rohrbombe. Oh, what the fuck. Äh, lol. Hat volles gebracht, aber... Nee. Müssen wir hier durch? ... Headshot. Oh, Askarun! Dort, wo Askarun ist. Ja, wo ist Bill schon wieder? Hinter dir. Okay, ich nehm meine... Ey, hier könnt... ne doch nicht Oh fuck Zoe Schatz versorgt dich Hat grad wer gesagt Ich hab den Preview Ich hab dem genau das Bein weggeschossen Achter, das war nicht Hatshot Stirb Quickscope FTV Oh ne Witch, Scheisse Ah, ist Kroon Alter, ich... Scheiße, Scheiße, Scheiße Scheiße, Scheiße, Scheiße Scheiße, Scheiße Scheiße, Scheiße Wir haben uns grad nur noch selbst angegriffen, äh, gegenseitig angegriffen Kann ich mir heilen, oder so? Ey, ihr seid schon wieder alle fast down Wieso? Wieso? Weil jetzt noch gut sind's Komm, wir fackeln ihn ab Zerstört die Barrikade Zerstören Sie die Barrikade Hier, schau her Nein, nicht, 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 nicht Mach's nicht, mach's noch nicht, ich muss mich heilen Ja, wieder Oh, da soll ich... ich heil Askerun Ah, danke Okay Äh, ja Okay, ich mach die Barrikade kaputt Okay, super toll Oh, Scheiße Das war wieder mal epic loomy Oh, man Oh, die kommen von oben Oh, Alter Hau ab, Mann Oh, Mann Wir machen die Barrikade auf der einen Seite und gehen uns von der anderen Seite und kommen gegen Weckspiel Oh, Spooky, Spooky, Spooky Schnell, 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 Spill, Help, Bill Oh, nee, ich bin tot Was? Ja, ich bin in der Säure ertrunken Ja Ja Okay, ich wiche, ich heile in der Weile Geh auf damit, Lohin Ja, sterbt Danke, Francis Bitte, sorry Hier, hier lang Okay, ich würde sagen, können wir Ja Ich brauche einen Medipack Definitiv Hat's hier was? Äh, hier hat das gerade Zombie mehr, ne Was nimm, Magnum Nimm ich mal Lass den Bill in Ruhe, Mann Puh Der ist besser als der Coach Ja, das schon Der Coach, der regnet sich so auf, zum Teil Der Coach ist im Arsch Alle hassen einen Coach Oh, helf mir, helf mir, helf mir, helf mir, helf mir, helf mir Ich bin hier auch schon am sterben Okay, ich hab noch was gesehen Oh, nee Oh, Mann Oh, Mann Nee, bin es droht Ich hab dir jetzt echt nicht Charger zu töten Wie geht's dir? Wie geht's dir? Okay, ich schieß nicht auf die Autos Ist das schon so weit? Das geilste ist ja, dass der Charger direkt hinter Kakashi stand Und schieß nicht Und schieß nicht Schieß nicht auf den Auf die Autos, bitte Es ist nichts passiert Ich hab einmal drauf geschossen Oh, hier hat es wieder einen Defibrillator, aber es hat keinen Okay Defibrillator 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 Ist mir doch scheißegal, Mann Warte Ich geb Bill jetzt nen Headshot Geil Lol Nein, Asker und du bist falsch Oh, ein Spooky Wo? Ein Fettsack Wo? Dort hinten steht der Ach, scheiß Auf die Wand Du mit deiner scheiß die Wand an und so, Alter Mh, ist das lecker? Nein Oh Irgendwas greift nicht mehr Och Nee Man, ist jetzt die Alarmanlage losgegangen Nein Nein, ich glaub's, hat gar keine Da ist schon wieder irgendwas mit Asker rumgestanden Ja, ich wohl vom Charger, geil Fick's Hast du Ich dachte Ich dachte schon Mach mal bisschen, ich hab nicht mehr viel Zeit Nee Und Leben auch nicht Und Leben auch nicht Ich muss Gleichheit Ich Ja Und Leben hast du auch nicht mehr viel Nö Und senk, scheiße Nee Fuck you Ach, das scheiße Ich bin gleich tot Ich bin auch tot Ja, wir werden sterben Scheiße Spät wird das nicht schaffen Ich schieße Ja, okay Ja, jetzt ist er tot Oh, fuck you Ja, dann ähm Oh, nee Ja, dann beten wir mal die Aufnahme Und sagen bis zum nächsten Mal Ja, okay Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020